Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Container Opening. Ich bin hier auf meinen Zweitaccount eingeloggt und ich habe hier über 300 Container mal wieder gesammelt, welche wir heute alle öffnen werden. Außerdem als Highlight habe ich hier auch 10 Supercenter Container, 23 am Start, welche ich durch die Schatzsuche bekommen habe. Ich hoffe dort natürlich wenigstens ein Premium Schiff rauszuziehen, das wäre natürlich super. Wir werden die Supercenter Container einzeln öffnen und wenn wir die 10 geöffnet haben, werde ich die restlichen Container auf einmal öffnen. Wir haben auf jeden Fall sehr sehr viele tägliche Container dabei, aber auch unter anderem die restlichen Container aus der Schatzsuche. Also ist dort auf jeden Fall definitiv die Chance etwas Gutes zu ziehen. Und ich würde sagen, wir starten hier mal direkt den ersten Container. 10 Tage Premium Zeit. Ist natürlich ganz nett, benötige ich aber jetzt nicht unbedingt auch meinen Zweitaccount, da ich dort nicht wirklich aktiv spiele. Im zweiten Container 15 Tarnungen. Dritter Container wird geöffnet. Auch nochmal 15 Tarnungen. Wir hätten natürlich auch die Möglichkeit gehabt, für die gleichen Ressourcen einen Super 5 Container zu bekommen. Dort hätte man hier ein garantiertes Premium Schiff dabei gehabt. Allerdings habe ich auf diesem Account auf jeden Fall schon ein gutes 5er Premium Schiff. Die California. Von daher brauche ich das jetzt hier nicht unbedingt. Haben hier ein Abzeichen gezogen, was natürlich nicht verkehrt ist. 1,5 Millionen Kreditpunkte. Dann haben wir im nächsten nochmal 1,5 Millionen Kreditpunkte. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt schon 6 geöffnet oder 7. Wir werden es sehen, wenn wir einen anderen Container öffnen. Dann wird es so sein, dass wir die 10 geöffnet haben. Immerhin 1500 Dublonen. Das ist auf jeden Fall super. Ein bisschen Dublonen ist natürlich nie verkehrt. Das nehme ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit. Und oben schon der Spoiler. Wir haben tatsächlich ein Premium Schiff gezogen. Die Atlanta. Ja, es gibt bessere Schiffe, die man hätte ziehen können. Ich glaube, die Atlanta ist ja auch immer noch für globale Erfahrung verfügbar. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt für uns. Wir hatten ein Premium Schiff bei den 10 Containern dabei. Das ist natürlich super. Ein 6er hier natürlich super zum Kreditpunkte verdienen. Nochmal Kreditpunkte. Und damit haben wir hier auch schon den Container geöffnet. Wir haben aber noch 295 Container übrig. Diese werde ich jetzt hier alle auf einmal öffnen. Schauen wir mal, ob wir dort noch was Geiles dabei haben. Okay. Da haben wir auf jeden Fall einige Kapitäne bekommen. Außerdem haben wir hier auch noch die ultimativen Pisten dabei gehabt. Drei Stück. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall noch einen Black Friday Container, den wir gleich noch öffnen können. Und zwei weitere. Es gab nochmal 1250 Dublonen, ein Abzeichen und einiges an Ressourcen. Schauen wir nochmal auf die zweite Seite. Natürlich auch einiges an Booster. Wie gesagt, die 295 Container waren hauptsächlich halt Tagescontainer, wo ja nicht unbedingt die besten Inhalte drin sind. Aber wir gehen jetzt hier nochmal zurück. Wir haben nochmal die drei Container, die wir quasi in den Containern gezogen haben. Diese werden wir nochmal alle einzeln öffnen. Und schauen mal, was dort dabei ist. Noch ein Abzeichen. Nehmen wir hier auf jeden Fall mit. Vorletzter Container für das Video. Und wir bekommen hier nochmal Kapitäns-EP. Kann ich auf den Account, ehrlich gesagt, sogar gebrauchen. Und nochmal einen Black Friday Container. Was haben wir hier? Schönes drin. Es gibt nochmal ein paar Black Friday bzw. Schattentarnungen. Aber gut, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben aus den 10 Containern auf jeden Fall ein Premium-Schiff gezogen. Die Atlanta. Von daher bin ich auf jeden Fall zufrieden. Und ich hoffe, euch hat das kurze und knackige Container-Opening hier gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschau, tschau.